Ja, servus, grüß dich. Grüezi. Ich bin Johannes und ich bin mit meinem Freund am Sebel. Ja, am Vipo bin ich ja, ja. Hallo. Wer möchte ein paar Weine degustieren? Ja, wir wollen es probieren. Sehr gerne. Nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. Können Sie mit Sachen abnehmen, die Damen? Selbstverständlich. Wir hören uns. Fein wegen der Schultern. Oh du, ich komme mit dem Versuch, ja. Ist gut. Was haben Sie sich noch vorgestellt, um zu probieren? Wie möchtes. Ja, einfach hätte ich einen Rotbein mal probieren, ja. Genau. Sieben, lass mich ausreden. Ja. Wir wollen nicht etwas leicht und fruchtig probieren, was abziehen. Sehr gerne, nur einen Moment. Ja. 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 Wissen. Wissen Sie, Bueno, los. Du, Dupfer bütün, ja. Sensationellen. Ein Geschenke, bitte. Ein Geschenken, bitte. fest. Danke. gewsover minha usuallyIs. Hei. Ich thru. Lehren Kram. Ich rufe mir an! Ich rufe mir an! Ich rufe mir an! John B. John B. John B. Also der hätte nicht so eine Szene gehört, ja? Ich rufe... Ich rufe mir an! Ich rufe mir an! Ja, ja, ja! Ja, okay, jetzt rufe ich an! Du bist wohl nicht die letzte Kerze auf der Trottier! Da schminkt man noch viel mehr aus, dass die Bucke auf der Decathlon missbraucht, wie man auf der Avenue einen kleinen lieblichen Mann kann. Hey! Aber ja, ich rufe mir an! 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 Durch... Für mich ist eine Rwithvorkoge! Aber die Sprüche macht dich! Wir rufe mir bei euch! Also, ich hätte gesagt, ist auch wieder laut, wie einfach auf mir ein Schwänerweg, ja? Keine Ahnung, nicht, oder? Kürzifix. Hast du den Text gekürzt? Der Mund zeigt viel Aroma, eine leichte Auftragshusse, einen vollen weichen Körper und eine gut balancierte Struktur. Du denkst. Ich bin super, als du denkst, wenn du denkst, ich kenne sie, das ist auch ein Topf, wenn du denkst. Aber ich muss ja noch ein Topf spüren. Ich habe jetzt auch das Handy mit der Rotin, gell? Ist auch wie eine Rotin, ja. Sehen wir jetzt holst du deinen Kurschen. Was? Ich habe zwei gelacht. Was ist die Kurschen? Kürzifix, ich habe das letzte Mal mitgenommen. Geben Sie ihm doch noch eine Chance, dass er sich auch noch ändern kann? Ja, gib mir doch noch eine Chance. Ja, ich meine, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber sie stirbt. Also, wie möchtest du jetzt doch noch Johannes? Gnädige Dame, ich gehe das nächste Mal wieder an eine, ja. Nee. Okay. Awww. Awww.